Fitness mit Marc, Folge 13. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. Und heute geht es um die 6 besten Muskelaufbau- und Fettabbauübungen der Welt. Die Frage ist, welche davon fehlt in deinem Trainingsplan? Viel Spaß beim Zuhören. Was trainierst du so? Welche Übungen hast du in deinem Trainingsplan drin? Wenn von den folgenden 6 Übungen eine fehlt, dann verschenkst du vermutlich Potenzial. In einer der letzten Folgen, das war die Folge 11, da ging es darum, woran du erkennst, ob eine Übung etwas taugt oder nicht. Heute möchte ich nochmal einen Schritt weiter gehen. Ich möchte dir die sogenannten Big Six vorstellen. Das sind 6 Weltklasse-Champions unter allen Fitnessübungen. Diese Big Six, die gehören nicht nur zu den effektivsten Muskelaufbauübungen, sie helfen dir auch, die richtige Balance zu finden. Das bedeutet, es wird dir leichter fallen, schlank zu werden. Es wird dir leichter fallen, fit zu bleiben. Und es wird dir leichter fallen, nackt gut auszusehen. Was sind also die Big Six? Das Konzept der Big Six, das basiert auf den Forschungsarbeiten eines gewissen Dr. Richard Schmidt. Und der hat das Ganze auch veröffentlicht in seinem Buch Motor Learning and Performance. Ich habe davon gehört über die beiden US-Fitness-Coaches Lou Schula und Alvin Cosgrove. Zwar haben die auch ein sehr lesenswertes Buch rausgebracht. Ein Trainingsleitfaden nennt sich The New Rules of Lifting, inzwischen der neuesten Ausgabe gerade rausgekommen. Von denen kommt dieses Prinzip und ich möchte es dir gerne weitergeben. Erinnern wir uns an die vorletzte Folge. Wenn eine Muskelaufbauübung vier Voraussetzungen erfüllt, dann gehört sie zu den Übungen, die dich wirklich nach vorne bringen. Punkt 1 ist es eine funktionelle Übung. Das heißt, diese Übung bildet alltägliche Bewegungsmuster ab. Dinge, die du in deinem Alltag machst und brauchst. Punkt 2, sie beansprucht viel Muskelmasse gleichzeitig. Punkt 3, sie involviert mehr als nur ein Gelenk. Das ist also keine Isolationsübung. Und der vierte Punkt ist, du brauchst viel Energie, um sie durchzuführen. Denn das ist das, was deinen Stoffwechsel in Gang bringt, was Hormone ausschüttet, die Muskeln wachsen und Fett schmelzen lassen. Und das ist das, was dich nackt gut aussehen lässt. Die folgenden sechs Übungen, die Big Six, die erfüllen alle dieser vier Kriterien. Und sie können mehr als das. Sie machen den Unterschied zwischen Showmuskeln und dem, was einen athletischen Körper ausmacht. Das heißt, die Big Six helfen dir, Muskeln zu entwickeln, die dich im Alltag fit und leistungsfähig halten und die dich in deiner Lieblingssportart auch voranbringen. Warum gerade jetzt sechs Übungen? Warum nicht fünf oder sieben? Der Punkt ist, der jede dieser Fitnessübungen ist eine Repräsentation für ein fundamentales Bewegungsmuster des Menschen. Ob es jetzt um Springen geht, ob es um Laufen geht, um Drücken oder Ziehen. Jede der Übungen imitiert eine dieser Alltagsfunktionen. Du wirst sehen, dass das Konzept von diesen Big Six alles andere als starr ist. Also ich werde dir zwar sechs Übungen vorstellen, aber es gibt zu jeder Übung unzählige Varianten, die auch sehr gut sind und es gibt Alternativen. Das heißt, das Konzept der Big Six, das ist nicht nur sechs Übungen, sondern es ist jeweils eine ganze Kategorie von Übungen. Und das ist das Fundament für einen effektiven Trainingsplan oder zumindest das, was ich für einen effektiven Trainingsplan halte. Also erstmal im Überblick, bevor wir dann jeweils nochmal ins Detail gehen. Was sind die Big Six? Die erste Übung sind Kniebeuge, zweite Übung Ausfallschritte, dritte Übung Kreuzheben, vierte Übung eine Druckübung, drücken, fünfte Übung ziehen und die Nummer sechs ist eine Rumpfrotation. In diesem Podcast lernst du jede dieser Übungen nochmal im Detail kennen, so gut das zumindest über dieses Medium geht. In den Shownotes findest du auch noch Videos dazu und die würde ich dir wirklich empfehlen, auch nochmal anzugucken, damit du die Technik sauber beherrschst. Folgende Fragen beantworte ich dir heute in dieser Folge zu jeder Übung. Was ist es für eine Übung? Welche Muskeln beansprucht sie? Wozu brauchst du sie? Abgesehen davon, dass sie dir hilft, nackt gut auszusehen und wie wird sie technisch korrekt ausgeführt? Das ist eine Antwort, die ich dir nicht in diesem Podcast beantworten werde, sondern das findest du in dem Videotutorial in den Shownotes. Also los geht's. Punkt 1. Kniebeuge. Was sind Kniebeugen? Es gibt sie in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, dann siehst du sie meistens in der klassischen Variante, also Langhantel auf der Schulter. Du kannst sie allerdings auch mit ein paar Kurzhanteln durchführen, die du am ausgestreckten Arm nach unten hältst. Die Kurzhantel-Variante, die fühlt sich ein bisschen komisch an, weil du die Kurzhanteln ein bisschen seitlich abspreizen musst, damit sie beim Beugen der Knie nicht mit den Knien kollidieren. Funktioniert aber auch ganz gut, ist eine gute Alternative, gerade wenn du zu Hause trainierst und wenn du noch keine Langhantel in deinem Homegym hast. Wenn du mit schwereren Gewichten trainierst, dann sollte dir bewusst sein, dass du halt mit den Kurzhanteln ein bisschen mehr Oberkörpermuskulatur beanspruchst und dadurch ist die Belastung ein bisschen anders als bei der Langhantel-Kniebeuge. Welche Muskeln beansprucht die Kniebeuge? Das Großartige ist, es ist wirklich eine Ganzkörperübung. Du hast so gut wie alle Muskeln deines Unterkörpers in nur einer Bewegung abgedeckt und auch dein Oberkörper steht unter Spannung. Natürlich gibt es hier Schwerpunkte und die liegen auf folgenden Muskeln. Quadrizeps, das ist die Vorderseite deines Oberschenkels und zwar wird der am stärksten gefordert. Der Quadrizeps ist dazu da, deine Knie aus der gebeugten Position zu strecken. Als zweites beansprucht die Kniebeuge auch die großen, die kräftigen Muskeln, die deine Hüftgelenke umschließen. Das ist der Hintern, Gluteus, Glutei, das sind zwei Muskeln und dann die Oberschenkelrückseite, die ischio-curale Muskulatur. Und je tiefer du bei der Kniebeuge gehst, je tiefer du kommen kannst, das ist eine Frage der Beweglichkeit, desto mehr forderst du diese Muskeln, also den Hintern und die Oberschenkelrückseite. Und ein dritter Keyplayer, dritte Hauptmuskulatur, die hier beteiligt ist, ist der untere Rücken. Der hält deinen Oberkörper aufrecht, während du in die Hocke gehst und wieder aufstehst und ist natürlich auch wichtig, wenn du, wie die meisten von uns auch im Sitzen arbeitest, dass der gestärkt wird. Dann gibt es noch eine Vielzahl weiterer Muskeln, die beim Kniebeugen deinen ganzen Körper unter Spannung halten. Zum Beispiel die Füße, die Waden, die Abduktoren, die Adduktoren, also Schenkelinnen und Außenseiten, dann die Bauchmuskeln und auch der mittlere Rücken. Was bringt dir das Ganze eigentlich? Welchen Vorteil bringen dir Kniebeugen im realen Leben, außer natürlich nackt gut aussehen? Die meisten Fitnesscoaches wissen, dass, wenn sie wirklich Athleten betreuen, die halt meinetwegen ihre Sprungleistung verbessern wollen, dass sie dann mit Kniebeugen bessere Ergebnisse machen als mit jeder anderen Fitnessübung. Dazu gibt es auch Studien, die das bestätigen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was bringt es dir, wenn du höher springen kannst und wenn du eigentlich lieber nackt gut aussehen willst. Stell dir mal vor, wir springen jetzt mal in die Zukunft. Du bist 90 Jahre alt, wir schreiben das Jahr 2067 und du sitzt in deinem bequemen Sessel. Jaja, das ist so ein Sessel aus den 2020er Jahren, das war damals halt noch modern, was jetzt völlig veraltet ist. Und du sitzt in deinem Wohnzimmer vor deinem 4D-Fernseher und der Sessel ist so bequem, dass du einfach nur ewig drin sitzen bleiben möchtest und dir Wiederholungen deiner Lieblingsserie anschaust. Tja, und dann auf einmal überkommt es dich ein ganz natürliches Bedürfnis und du versuchst aufzustehen und die ganze Sache wird dringender. Du versuchst nochmal aufzustehen, aber es geht nicht. Und die Muskeln deines Unterkörpers sind einfach zu schwach und zu verkümmert. Sie können einfach nicht die Kraft aufbringen, die nötig wäre, um dich aus deinem bequemen Sessel aufzuheben. Die Natur nimmt also ihren Lauf und zwar mitten in deinen Schoßen, deinen weichen Sessel. Ich weiß, wer würde schon heute ins Fitnessstudio geben, um in zig Jahren so ein Malheur in deinem Lieblingssessel zu vermeiden. Aber die Sache ist doch die, während du älter wirst, wird es nicht so sein, dass du irgendwann mal morgens aufwachst und gestern warst noch topfit und heute funktionieren deine Muskeln nicht mehr. Muskelabbau und das ist halt eine Sache, auf die wir uns gefasst machen dürfen, wo wir auch was für tun dürfen, dass das nicht passiert. Muskelabbau passiert schleichend. Wenn du deine Muskeln nicht trainierst, dann verlierst du mit fortschreitendem Alter immer mehr Kraft, bis du irgendwann nicht mehr die Treppe hochkommen würdest, bis du irgendwann nicht mehr mit deinen Enkelkindern spielen könntest oder einfach nicht mehr aus dem Stuhl hochkommst. Deswegen Kniebeugen. Technikvideo zu den Kniebeugen findest du in den Shownotes. Geh einfach auf marathonfitness.de-podcast und klick dich durch zur Folge 13. Übung Nummer 2. Ausfallschritte. Was ist das? Ausfallschritte kannst du dir so vorstellen, du hältst ein Gewicht entweder seitlich mit Kurzhanteln oder auf der Schulter mit einer Langhantel. Du kannst die Ausfallschritte aber auch als Übung mit Körpergewicht durchführen. Entweder frei oder meinetwegen mit einem TRX als Blitzquad. Du stellst dich hin, aufrecht, Ausgangsposition, Füße sind schulterbreit auseinander und dann nimmst du einen langen Schritt nach vorne und senkst deinen Körper ab, bis dein hinteres Knie fast den Boden berührt. Dann drückst du dich mit dem vorderen Bein wieder explosiv nach oben und gehst zurück in die Ausgangsposition. Den Oberkörper lässt du die ganze Zeit aufrecht. Das ist ein Ausfallschritt und zwar eine Seite. Das Ganze wiederholst du natürlich mit der anderen Seite noch. Es gibt noch eine Variante dazu, den sogenannten Split Squat und der beginnt in der Ausgangsposition. Dort befindet sich dein eines Bein bereits vorne und du senkst einfach nur deinen Körper auf und ab, ohne diesen Ausfallschritt zu verlassen. Dann gibt es noch andere Alternativen, zum Beispiel ein Step Up, wo du wie bei einer Treppe einfach auf eine Plattform, eine höhere Plattform, wie zum Beispiel in der Handelbank, auf und wieder absteigst. Kommen wir zu den Muskeln. Welche Muskeln beanspruchen eigentlich Ausfallschritte? Im Prinzip sind es die gleichen Muskeln wie bei den Kniebeugen. Das heißt, wenn es dir nur um nackt gut aussehen ginge, dann sind diese beiden Übungen sehr eng verwandt. Warum sind sie hier nochmal separat aufgeführt? Der Grund ist, dass das Bewegungsmuster von Ausfallschritten ein völlig anderes ist als bei Kniebeugen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du die auch mit drin hast. Die meisten von uns arbeiten im Sitzen. Mir geht es so, dir geht es vielleicht auch so. Und das führt dazu, dass deine Hüftbeuger, und das ist der Fall, wenn du sitzt, dass deine Hüftbeuger häufig verkürzt sind. Hüftbeuger, das sind die Muskeln auf der Vorderseite deines Beckens. Das sind die Muskeln, die dein Oberschenkel nach oben anheben. Gegenüber, auf der gegenüberliegenden Seite, sind die Hüftstrecker. Das sind die Glutei und die Oberschenkelrückseite. Und die richten deinen Körper auf, wenn er nach vorne gebeugt ist. So, er ist aber nach vorne gebeugt, wenn du sitzt im Prinzip. Du hast ja diesen 90-Grad-Winkel zwischen Oberschenkel und Rumpf. Das heißt, die Hüftbeuger sind die ganze Zeit verkürzt. Bei einigen Menschen sind sie sogar sehr verkürzt. Und zwar so sehr, dass die Hüfte blockieren kann. Je fester deine Hüftbeuger sind, desto schwerer wird es dir fallen, zu springen, große Schritte zu machen. Und das ist im Alltag auch ganz wichtig, wenn du zum Beispiel wandern gehst, wenn du meinetwegen dort einen kleinen Bach überschreiten willst. Oder wenn du einfach auch im Alltag beweglich sein willst. Der Punkt, warum Ausfallschritte also so wichtig sind, ist, sie geben dir mehr Beweglichkeit in der Hüfte, weil sie den Hüftbeuger nämlich erst dehnen und dann schnell kontrahieren lassen. Du wirst das merken, wenn du die Übung sonst nicht trainiert hast. Viel Spaß beim Muskelkater. Ist aber eine tolle, eine sehr effektive Übung. Und es ist auch eine Übung, die eben schlank und stark macht, weil sie viel Muskelmasse beansprucht. Und sie helfen, den verkürzten unter uns wieder natürliche Bewegungsamplitude herzustellen. Also sie halten dich nicht nur stark, sondern auch geschmeidig und flexibel. Die Vorteile im realen Leben, außer natürlich nackt gut aussehen, die liegen auf der Hand. Sie helfen dir, wenn du mal an die Bewegung denkst, Ausfallschritt nach vorne, vielleicht zur Seite, nach hinten, wie auch immer. Das machst du bei so gut wie allen Sportarten. Zum Beispiel Fußball. Fußball besteht fast ausschließlich aus Ausfallschritten in alle möglichen Richtungen. Denk an den Tennisspieler, der einen schwierigen Ball noch durch so einen Ausfallschritt gerade noch erwischen will. Sprinter, die müssen in der Lage sein, große, kraftvolle Ausfallschritte zu machen. Oder stell dir einen Beachvolleyballer vor, der einen großen Ausfallschritt macht, um noch so einen Ball zu baggern. Ausfallschritte bringen dir auch im Alltag ganz viel. Sie geben dir mehr Freiheit, mehr Beweglichkeit. Und wenn dir das fehlen würde, dann würden deine Schritte immer kürzer werden und du verliertest dann auch an Mobilität. Das wäre dann schon mal erster Schritt hin zum betreuten Boden. Und das wollen will ja keiner von uns. Zur Technik, auch hier nochmal Video, wie gehabt, in den Shownotes. Übung Nummer drei, Kreuzheben. Was ist das eigentlich? Was ist Kreuzheben? Beim Kreuzheben beugst du dich vorwärts über eine Langhantel oder ein paar Kurzhanteln und hebst die vom Boden an, indem du deinen Körper über das Hüftgelenk aufrichtest. Hüftstrecker. Welche Muskeln sind das? Ähnlich wie bei der Kniebeuge hast du auch beim Kreuzheben den kompletten Muskelapparat des Unterkörpers involviert. Aber hier dominieren, wie eben schon erwähnt, die starken Hüftstrecker. Also der Hintern, Glutei und die Oberschenkelrückseite, ischiochorale Muskulatur. Der untere Rücken ist auch wichtig. Der übernimmt gemeinsam mit der tiefliegenden Bauchmuskulatur eine wichtige stabilisierende Aufgabe, während du den Körper um das Hüftgelenk nach vorne beugst und wieder streckst. Dann gibt es noch den Trapezmuskel. Das ist oberer Rücken. Das ist der Muskel, der deine Schulterblätter zusammenzieht beim Kreuzheben. Und der hat so eine Form eines Diamanten. Verläuft vom Nacken über die Schulterblätter bis zum mittleren Rücken. Und last but not least musst du das Gewicht natürlich halten können. Also deine Unterarmmuskeln, die zum Greifen wichtig sind, die werden ja auch stark beansprucht. Welchen Vorteil bringt dir Kreuzheben? Kreuzheben ist wahrscheinlich eine der nützlichsten Fitnessübungen überhaupt. Denk mal dran, wie häufig du jeden Tag Dinge vom Boden aufhebst, Kisten vielleicht beim Umzug anhebst, Einkäufe hochhebst, in den Kofferraum hebst und so weiter. Also eine ganz wichtige Übung, wenn du Kreuzheben trainierst, dann wirst du nicht nur nackt gut aussehen, sondern du wirst auch verletzungsfreier und flexibler durch den Alltag durchkommen. Weil dein Rücken, weil deine Hüfte stark bleiben und belastbar bleiben. Auch hier Technik in den Shownotes. Übung Nummer vier, das Drücken. Es gibt sehr viele Druckübungen. Beispiel Liegestütze. Du drückst deinen Rumpf vom Boden nach oben. Bankdrücken. Du liegst auf dem Rücken auf einer Bank und drückst das Gewicht von deiner Brust aus nach oben und senkst es wieder ab. Dann gibt es noch das Überkopfdrücken. Du stehst und drückst ein Gewicht senkrecht von deinen Schultern aus nach oben. Übrigens eine extrem gute Übung und eine meiner Lieblingsübungen. Dann gibt es noch die Dips. Dort stützt du dich mit deinen Armen im Prinzip auf einen Barren und beugst die Arme, sodass sie sich hinter deinem Torso befinden und du drückst deinen Körper nach oben, indem du die Arme streckst und wieder in eine Linie mit deinem Torso bringst. Zu dieser Übung, zu den anderen Übungen, zu den Druckübungen gibt es ganz viele Varianten. Das sind nur mal so die vier Basics. Welche Muskeln beanspruchen die? Liegestütze und Bankdrücken gelten als Brustübungen. Dieses Überkopfdrücken oder Military Press oder Press, da gibt es viele Bezeichnungen für, werden als Schulterübungen bezeichnet und Dips als Trizepsübungen bezeichnet. Der Punkt ist der, alle diese Druckübungen haben eine Sache gemeinsam. Sie beginnen an deinem Schultergelenk. Bei Dips, Liegestützen und Bankdrücken ist es so, dass sie den vorderen Anteil deiner Schulter trainieren, während du beim Überkopfdrücken, beim Military Press oder Press oder welche Begriffe es da auch gibt, beim Überkopfdrücken hast du den vorderen und den mittleren Anteil deiner Schultern. Liegestütze, Bankdrücken und Dips fordern auch die Brustmuskeln in Verbindung eben mit der Schulter, während das beim Überkopfdrücken anders ist. Darum gehst du die Brust, du schließt die Muskeln quasi kurz und belastest die Schultern noch mehr. Das ist eine tolle Schulter- und eine tolle Ganzkörperübung. Übrigens Überkopfdrücken auch eine meiner persönlichen Lieblingsübungen. Den Trizeps beanspruchen alle Druckübungen. Den brauchst du immer, wenn du irgendwas drückst, weil du deinen Arm ja am Ellenbogengelenk streckst. Und das passiert immer, wenn du irgendwo drückst. Was bringt dir das Ganze im realen Leben, außer natürlich nackt gut aussehen? Wenn du stark bist im Drücken, dann hilft dir das in ganz vielen Sportarten. In Kampfsportarten wie Boxen, beim Kugelstoßen oder denk an den Pass beim Basketball. Viele Menschen glauben, dass die beiden bekanntesten Druckübungen, Bankdrücken und Überkopfdrücken, eine völlig andere Sache sind. Das sind zwei völlig unterschiedliche Übungen, die belasten den Körper völlig unterschiedlich. Und das stimmt nicht. Den Zahn möchte ich dir gern ziehen. Natürlich ist es so, dass du einen unterschiedlichen Schwerpunkt setzt. Das weiß auch jeder, der regelmäßig trainiert. Du hast halt beim Bankdrücken natürlich die Schultern anders belastet und sie werden sich auch nicht so entwickeln wie beim Überkopfdrücken. Aber denken wir mal nicht ans Fitnessstudio, sondern ans reale Leben, wenn es um die Funktionen geht. Und dann verschwimmen nämlich diese Grenzen. Wenn du in der Realität, im richtigen Leben mal was nach vorne drückst oder wo auch immer hin drückst, dann wirst du das Ganze selten exakt in eine Richtung, zum Beispiel exakt nach vorne oder exakt senkrecht nach oben drücken. Die meisten Bewegungen finden irgendwo dazwischen statt. Stell dir vor, du bist liegen geblieben und willst dein Auto anschieben. Dann würdest du dich vermutlich in so einem, nicht einem 90 Grad, sondern einem 45 Grad Winkel zum Boden positionieren, die Füße in den Asphalt stemmen und eben mit den Armen das Auto anschieben. Und da ist halt ein Winkel, der nicht wie beim Bankdrücken senkrecht zum Torso ist oder in einer Linie wie beim Schulterpressen, sondern du bist halt genau dazwischen. Dann kommt ein Teil der Kraft natürlich auch aus den Beinen, weil du dich nach unten stemmst, aber du musst auch drücken mit der Brust, mit den Schultern und mit dem Trizeps. Und das ist der Grund, weswegen dein Trainingsplan diese Muskeln auch aus verschiedenen Winkeln ansprechen sollte, weil das Ganze ja die Realität abbilden soll. Das Überkopfdrücken, meine persönliche Favoritübung beim Drücken, habe ich dir auch noch als Video rausgesucht. Gehe auf die Shownotes unter marathonfitness.de-podcast und dann kannst du dir das Video angucken. Ich komme zur Übung Nummer 5, dem Ziehen. Zugübungen. Was ist Ziehen? Was sind Zugübungen? Zugübungen kannst du, wie die Drückübungen, in ganz vielen unterschiedlichen Winkeln durchführen. Es ist im Prinzip das Pendant dazu. Beim Latzug, das ist eine der bekanntesten, beliebtesten Zugübungen im Fitnessstudio, setzt du dich hin und ziehst das Gewicht senkrecht zu deinen Schultern nach unten. Dann gibt es den Klimmzug, ähnliches Bewegungsmuster. Dort ziehst du deinen Körper senkrecht zu einer Stange nach oben. Dann gibt es die Ruderübungen in ganz vielen verschiedenen Varianten. Du kannst dich an eine Maschine setzen und das Gewicht in Richtung deines Körpers ziehen. Du kannst an einen Kabelzug gehen, ein Gewicht im Sitzen oder Stehen aus verschiedensten Winkeln zu dir ziehen, mit einem Arm, mit beiden Armen. Du kannst dir auch eine Kurz- oder eine Langhandel nehmen und dann beugst du meistens den Körper am Hüftgelenk nach vorne und richtest deinen Rumpf fast horizontal aus und ziehst dann eben gegen die Schwerkraft die Handeln entweder auf einer Seite oder mit der Langhandel auf beiden Seiten zum Bauch oder zur Brust. Letzte Übung, die fällt noch mal ein bisschen aus der Reihe. Wissen viele nicht, dass es eine Rückenübung ist. Es gibt noch Überzüge und dort hältst du das Gewicht über Kopf, liegst auf dem Rücken und ziehst das Gewicht in einer bogenförmigen Bewegung über den Kopf, bis es sich vorne über deinem Torso befindet. Das Ganze wie gesagt auf dem Rücken liegend oder wenn du es am Kabelzug machst, kannst du es auch im Stehen oder im Sitzen machen. Welche Muskeln beansprucht das ziehen? Den ganzen Rücken einmal, die beiden großen Muskelgruppen des oberen Rückens sind der Lattissimus, Dorsi, auch Latt genannt und die Trapezmuskeln. Der Latt, das ist ein Schultergelenkmuskel, den hast du auf der rechten, auf der linken Seite und der zieht deinen Arm, wenn er nach vorne frontal ausgestreckt ist oder über Kopf ausgestreckt ist, zurück in Richtung deines Rumpfes. Dann gibt es den Trapezmuskel. Der Trapezmuskel ist für die Schulterblätter zuständig, zieht die Schulterblätter zusammen, wie beim Rudern zum Beispiel, kann sie nach unten ziehen, wie beim Klimmzug oder Lattzug, oder er kann sie nach oben ziehen, wie zum Beispiel beim Schulterheben. Wenn du die Schultern zuckst, nach oben anhebst, dann benutzt du auch den Trapezmuskel. Dann sind beim Ziehen beide Bizepse und viele Unterarmmuskeln involviert. Die unterstützen nämlich deine Lattmuskeln und indirekt natürlich auch der Trapezmuskel sind bei jeder Zugbewegung mit drin und Zugübungen sind für deinen Bizeps, für deine Bizeps-Entwicklung auch viel besser geeignet, als wenn du nur Bizeps-Curls machst. Es gibt sogar einige Menschen, die ganz gut veranlagt sind beim Bizeps, ich gehöre leider nicht dazu, die vollständig auf Bizeps-Curls verzichten können, die nur Zugübungen machen brauchen. Während du deinen Rücken trainierst, werden nämlich deine Bizepse ganz natürlich mitwachsen und zwar in dem Maße, wie sie benötigt werden. Das heißt, du sorgst auch über, wenn du einen Fokus setzt auf Zugübungen, sorgst du halt für eine schöne Symmetrie, dass die Größen der Muskeln auch zusammenpassen. Du nicht auf einmal so richtige Armstämme hast und der Rücken bleibt schmal. Welchen Vorteil bringt dir Ziehen im realen Leben? Außer natürlich gut aussehen. Denk mal an eins der klassischsten Spiele für draußen, wir haben es früher ganz häufig gemacht, das gute alte Tauziehen. Ist übrigens eine exzellente Kraftübung. Lass uns mal durchgehen, wie die Muskeln da zusammenarbeiten. Das ist schon faszinierend. Dein Bizeps und die Muskeln des oberen Rückens, die bilden so eine Harmonie dabei. Wenn du beim Tauziehen die Zugübung beginnst, dann fängst du an, dass du deinen Rumpf aus der Hüfte erst mal aufrichtest. Das ist so ähnlich wie beim Kreuzheben. Und dann ziehst du mit deinem oberen Rücken dieses Tau weiter zu dir ran, wie beim Kurzhantelrudern. Im letzten Teil, wenn du dieses Seil quasi schon an deinem Torso vorbeiziehst, da dominiert der Bizeps, wie beim Bizeps Curl. Und zusätzlich rotierst du auch den gesamten Körper über die Rumpfmuskulatur, wie beim zum Beispiel Kabelzug Holzhacken. Das ist auch eine Übung, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Tauziehen unterscheidet sich ansonsten nicht so sehr vom Bewegungsablauf des Ruderns. Und Rudern ist ja eine Übung, die nicht umsonst Rudern heißt, sondern weil sie das Rudern eines Bootes imitiert. Was bringt es noch? Zugübungen helfen dir besser zu klettern. Denk an die Kletterbewegung. Du ziehst dich ja zuerst mit dem oberen Rücken nach oben. Und dann erst im letzten Teil, wenn du den Arm beugst, dominiert der Bizeps. Natürlich ist hier die Griffkraft auch wichtig. Zum Beispiel beim Klimmzug, wenn du dich nicht festhalten kannst, dann klappt gar nichts. Also wenn du Spaß am Klettern hast, wenn du einfach in der Lage sein möchtest, Bäume hochzuklettern, wenn du dich an einer Klippe festhalten können willst, dann solltest du Zugübungen trainieren. Für unseren Vorfahr, für den Neandertaler, war das ganze lebenswichtig. Der wollte sich vor einem Säbelzahntiger retten und sich dann in die Höhe irgendwo auf den Baum bringen. Ziehen und Zugübungen sind also ganz wichtige Übungen im Alltag, im Sport und natürlich, wenn du nackt gut aussehen willst. Als Technikvideo findest du in den Shownotes das Langhantelrudern. Eine der Basisübungen aus meiner Sicht neben dem Klimmzug fürs Training, fürs Fitnessstudio. Ich komme zur letzten Übung, zu den Rumpfrotationen. Was ist das Ganze? Es gibt einige Übungen, die du machen kannst, die ganz speziell darauf ausgelegt sind, deine Rumpfrotationen zu trainieren. Beispiel, du kannst dich auf dem Rücken legen, auf dem Boden, auf eine Matte und dann deine Beine im rechten Winkel anheben, gestreckt und seitlich rechts und links ablegen, indem du deine Hüfte rotierst. Eine andere Variante ist der sogenannte Scheibenwischer. Dazu nimmst du dir eine Klimmzugstange, hängst dich dort ran und beugst auch die Hüfte wieder und rotierst. Ähnliche Bewegung mit den Beinen von rechts nach links. Dazu auch nochmal eine Abbildung in den Shownotes. Dann gibt es noch Übungen, wo du den Unterkörper fixiert hältst und den Oberkörper rotierst. Beispiel ist der Russian Twist oder das Holzhacken am Kabelzug. Was das ist, findest du in den Shownotes. Denk einfach an die Bewegung beim Holzhacken. Auch da bewegst du den Oberkörper und das kannst du sehr gut im Fitnessstudio auch trainieren. Tolle Übung. Es gibt noch eine weitere Reihe von sehr effektiven Rumpf-Rotationsübungen. Die funktionieren nochmal anders. Da rotierst du nämlich gar nichts, sondern du versuchst, deinen Rumpf daran zu hindern, zu rotieren. Also du fixierst ihn. Beispiel. Es gibt Renegade Rolls. Da gehst du in den Liegestütz und hast rechts und links in der Hand jeweils eine Kurzhantel und ziehst die in der Ruderbewegung abwechselnd zum Bauch. So, weil du das aber einseitig machst, also ruderst erst mit rechts aus dem Liegestütz, dann ruderst du mit links aus dem Liegestütz, will deinen Rumpf rotieren und du achtest darauf, dass sich da gar nichts bewegt. Auch da trainierst du die Rumpf-Rotation. Welche Muskeln sind das? Du hast zwei Muskeln, die deine Taille rotieren und beugen. Das sind die äußeren und inneren schrägen Bauchmuskeln und die liegen untereinander. Also sprich, die inneren Schrägen liegen unter den äußeren Schrägen und die Muskelfasern verlaufen jeweils diagonal über Kreuz. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Schachbrettmuster, nur untereinander. Also die einen liegen halt unter den anderen und ermöglichen so Beugung und Rotation. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist mit dem geraden Bauchmuskel, dem rectus abdominis, also dem Sixpack-Muskel. Der ist an der Rumpf-Rotation übrigens genauso beteiligt wie einige kleinere Muskeln des unteren Rückens. Also den trainierst du hier sehr schön mit. Warum sind Rumpf-Rotationen im realen Leben so wichtig? Es gibt so gut wie keine Sportart, Schach jetzt vielleicht mal ausgenommen, die ohne Rumpf-Rotation auskommt. Denk ans Tennis, denk an Squash, denk an Golf. Das sind ganz offensichtliche Beispiele, wo die Rotation sehr im Vordergrund steht. Ein Rechtshänder würde beim Schlagen jetzt zum Beispiel die äußeren links und die inneren schrägen Bauchmuskeln rechts verwenden. Denk aber auch an Alltag, da rotierst du ständig deinen Rumpf. Fängt ja schon an, wenn du morgens aufstehst. Dann rotierst du deine Beine über die Bettkante, schwingst sie über die Bettkante. Du rotierst deine Taille, wenn du ins Auto ein- und wieder aussteigst. Du beugst und rotierst deine Taille, wenn du deine Kinder oder kleine Kinder oder irgendwas auf den Arm nimmst oder aufhebst. Das heißt, ein starker Rumpf hilft dir nicht nur im Alltag, sondern er hilft dir auch bei fast allen Sportarten. Er hilft dir dabei, fit zu bleiben und Vernetzung zu vermeiden. Und ein starker Rumpf kann übrigens auch verdammt gut aussehen. Als Technikvideo habe ich dir das Holzhacken am Kabelzug rausgesucht, weil es einer meiner persönlichen Lieblingsrotationsübungen für den Rumpf ist. Das Ganze findest du auch hier in den Shownotes unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Dann habe ich dir auch noch ein paar weiterführende Infos rausgesucht. Das Ganze ist ja jetzt eine Grundlage. Es gibt noch ein paar Artikel, die ich dir verlinkt habe in den Shownotes. Dann gibt es sehr schöne YouTube-Kanäle, wo du dir Übungen gut erklärt ansehen kannst. Zwei dieser Kanäle habe ich dir rausgesucht. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann findest du auch Buchempfehlungen zum Thema Fitnesstraining und zum Thema Techniktraining. Fazit zur Folge heute ist richtiges Krafttraining ist eine der wichtigsten Faktoren, auf die es ankommt, wenn du nackt gut aussehen willst. Deswegen auch das R in der Markformel. Viele Menschen investieren eine Menge Zeit in ihr Training und sehen nur wenig Erfolge. Und meine These ist, dass es daran liegt, dass sie diese sechs Übungen nicht oder zumindest nicht alle in ihrem Trainingsplan drin haben. Das Thema ist nämlich folgendes. Du kannst dann stagnieren. Wenn du diese Bewegungsmuster nicht trainierst, dann kommst du vielleicht irgendwann mal auf ein Plateau, obwohl du halt dir richtig Mühe gibst bei der Ernährung, beim Training, weil du eben nicht diese Bewegungsmuster trainierst, für die dein Körper eigentlich geschaffen ist. Die Big Six. Die Big Six kennst du jetzt. Das sind Nummer eins Kniebeuge, Nummer zwei Ausfallschritte. Nummer drei. Kreuzheben. Viertens drücken, fünftens ziehen und sechstens die Rumpfrotation. Und geh nochmal deinen Plan durch. Wenn die Big Six Teil deiner Trainingsroutine sind, dann trainierst du nicht nur die Muskeln, die dir helfen, nackt gut auszusehen, sondern du trainierst auch deine Koordination. Und zwar auf die Art und Weise, wie es die Natur für uns vorgesehen hat. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.